So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Perfect. Heute wieder mal mit dem Lachi am Start. Guten Morgen. Heute würde ich sagen, bauen wir unsere Häuser fertig und vielleicht werden wir die Welt ein bisschen erforschen. Okay, wir sind wieder hier und jetzt geht's weiter. Ihr habt 300. Okay, unser Dach ist fertig. Okay, unser Haus ist fast fertig. Okay, dann brauchen wir noch etwas Glas. Oh, eine Brücke. Danke, Lachi. Ja, schaut schon pretty nice aus. Hey, moin, Bro. Okay, ich muss Sand farmen. Ah! Okay, wir werden jetzt einziehen in unser wunderbares Haus. Eichenwollt. Ah ja, das Glas ist ready. Bitte, das muss reichen. Ja, 2,30 halber Steak. Let's go. Okay, dann brauchen wir noch ein Geländer. Damit wäre unser wunderbar. Wieso fehlt hier schon wieder? Hallo? Okay, letzter Block meines Hauses. Okay, mein Haus ist fertig. Jetzt müssen wir es nur noch einrichten, wenn ich hier hinunterkomme. Danke. Brücke Beta. Die Zombies verrecken gerade in deine Bären. Ja, ich weiß dir zu. Da. Eine Steinspitzhacke und noch eine Steinspitzhacke. So, wir gehen jetzt auch meinen. Okay, wir gehen einfach direkt strip meinen. Eisen, let's go, Lachi. Lachi. So, was ist das? Dios! Let's go! Jawohl. Okay. How much? How much? Fünfe. Ah, hallo, Skelett. Hallo. Tschüss. Ah, Creeper! Schöne, 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 Schöne. Ich war gerade in Kraft in Däbel und da war mal her nur so, psst. Pssst. 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 Dings, wo du hast es nochmal? Und zur erstes Gold? Ja, als Dings. Ja, ich muss genau, wenn ich irgendwo schon muttern möchte, die erfüllen. Diga. Eisen. ja die donnerfolge let's go japan minenschaft gefunden creeper oh creeper lapis lazuli ich trau dieser stelle nicht hallo zombie heute holt doch das maul gold da war mal wieder creeper am start scheiße wo ist mein scheiß dundel das sind die ach du scheiße das sind die klaren die gift spinnen und sie kann immer hier die aus let's go zwar zombies lachi oder ist das kennenzulernen trotzdem ist sie kann man nie die Kompetenz Aschid ihr Brotter Kisten mit Brot Lachi die Erlösung drei Brot Reis Mutzimmer da ist der Hex hinter mir sie hat mich umgebracht das ist natürlich jetzt noch kritisch ich finde erst mal Dias was ist los was ist los hey wie hat die mich noch getroffen jawohl ich habe mein Stuff Lachi ich habe mein Stuff ich bin so erlöst ich bin so erlöst gelung Diga wie viel Kies konntest du mal nicht erzählen mein stuff ist echt ja die war vor ein da vinci und da kommt ich glaube ist er zwar creeper letzte go artruhe kohle ja schienenbrot fackeln und es ist immer wenn ich die jahre bis la bislav zu mir und die jahre ist und der holz hat sie zu viel zu haben ist immer oder eine kummer ach du scheiße wo bin denn vor der hat konnten so ein freizag auf die oder rechts jetzt gleich habe jetzt beautiful hallo hansi das erste was ich jetzt mache ist einmal eine truhe so damit beenden wir dieses heute sehr erfolgreiche folge minecraft perfekt mit dem latsch ein bisschen stuff bekommen ja bisschen bastix eisen kohle und so weiter ich würde sagen abonnieren und like nicht vergessen und die glocke aktivieren und tschau